So Pilzfreunde, das Jahr 2022, hier der Rückblick. Wir starten mit den Judas Ohren und das ist ein toller Pilz und so geht es jetzt dann auch weiter in die Winterpilze. Also dabei bleiben, es wird natürlich weitere Videos geben. Und hier wunderbar, wie man die ernten kann, tolle Speisepilze und Heil- und Vitalpilze. Wir kochen gerne, das sieht man und da landen unsere Pilze. Viele tolle Gerichte, vielleicht auch für euch im Winter. Hier die Samtfußrüblinge aus dem Februar diesen Jahres, hier wieder natürlich Judas Ohren und die Birkenporlinge als Heil- und Vitalpilze dürfen nicht fehlen. Tolle Suppenpilze, die Samtfußrüblinge, hier die Austernseitlinge, ich bin gespannt wann sie dieses Jahr kommen. Einfach nur schön die Samtfußrüblinge wieder und langsam hier die Austernseitlinge im März diesen Jahres. Natürlich schmecken die super lecker gebraten wie Kalbsschnitzel. Tolle Rezepte bei uns im Kanal. Meine Frau, glücklich hier am Pilzesammeln, schaut euch das an. Und wunderschöne Sommerseitlinge und Lungenseitlinge im Frühjahr diesen Jahres. Die Maipilze waren da, schaut sie euch an. Wunderschöne Pfifferlinge, recht früh. Hier die Semmelstoppelpilze, dies Jahr wieder wunderbar zu finden. Hier richtig schöne Pfifferlinge, die echten Pfifferlinge. Eine Mischung Semmelstoppelpilze dazu und hier wunderbare, tolle Pilze. Schaut euch das an, die blassenden Pfifferlinge und amethystschuppigen Pfifferlinge. Wunderschöne Pfifferlingsfunde. Also was für ein Pilz, ja, einfach mal genießen. Herrlich, oder? Die Totentrompeten. Hier schon früh im Jahr gewesen, auch schon im August. Weitere Pfifferlinge, wunderschön. Einfach nur toll. Und hier wieder eine bunte Mischung an Pfifferlingen. Herbsttrompeten, ganz, ganz tolle Pilze dieses Jahr. Wunderbare Sonnenfußrühblinge im Januar, Rotfußrühlinge im Sommer. Und natürlich hier wieder die Täublinge, meine Lieblinge. Ja, immer wieder in den Pilzkörben zu finden. Herbsttrompeten. Hier natürlich die Blutrühlinge zu sehen. Wieder Pfifferlinge mit Totentrompeten. Einfach nur ein Traum. Ja, was für eine Steinpilze-Saison. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Eine Röhrlingsexplosion dieses Jahr. Hier wieder Lungenseitlinge. Fast das ganze Jahr über Sommer hier Steinpilze. Wunderschöne Lungenseitlinge. Auch im Sommer immer wieder nach den vielen Regenfällen bis in den Herbst hinein. Wunderschöne Pfunde. Und was für Pfunde an Täublingen. Hier grün gefelderte Täublinge, meine Lieblinge. Und das ist natürlich ein Eichhase. Einer der herausragenden Pfunde dieses Jahr. Eine wunderschöne Holunderlimonade. Die muss natürlich sein. Und hier der Eichhase in der Küche. Schaut euch das an. Ein herrlicher Pfund. Also, auch die Porlinge hatten dies Jahr einen Lauf. Und die sind echt lecker. Und hier wieder die Judasohren. Auch im Sommer immer wieder zu sehen. Und ihr ahnt es schon. Ja, Schwefelporlinge. Schwefelporlinge. Ein wunderschöner, riesiger Pfund. Und immer wieder im Wald zu finden. Einfach nur ein Traum. So groß wie ein Fußball. Tadellos. Herrlich frisch. Und das nach dem extrem trockenen Sommer. Was für ein herrlicher Pfund. Und der ist natürlich im Tiefkühler und auch im Bauch gelandet. Hier gebraten. Ja, und hier kann man im Wald mal sehen, was Besonderes. Der Königsröhrling. Ein wunderschöner Königpilz im Wald. Hier weitere Lungenseitlinge. Wunderschön zu sehen. Ja, hier blassende Pfifferlinge. Auch ganz tolle Speisepilze in diesem Jahr. Kleine, amethystschuppige Pfifferlinge. Die bleiben im Wald. Aber tolle Pilze. Auch hier wieder. Und da sehen wir einen Pfund. Da bin ich besonders stolz. Das ist der Eichhase. Sieht fast aus wie so eine Art Gehirn, wenn man sich das anschaut. Also ein wunderbarer Speisepilz. Riesig groß. Judas Ohren. Immer wieder im Sommer, im Winter, das ganze Jahr. Hier der Baum, den nennen wir unsere Pilzform. Lungenseitlinge satt. Fast auch das ganze Jahr hindurch. Nach jeden Regenfällen. Immer wieder. Schaut euch das an. Wahnsinnsfunde an Lungenseitlingen. Und das sind tolle Speisepilze. Gebraten. Und hier staunen wir selber. Aber sowas haben wir auch noch nicht gesehen. In solchen Mengen. Immer wieder. Herrlich. Knackig. Frisch. Lecker. Schaut mal unsere Rezepte an. Da seht ihr immer wieder auch die Zubereitung der Pilze. Meine Frau im Pilzglück. Schaut euch das an. Herrlich, oder? Hier wieder Pfifferlinge. Immer wieder bunte Pilzkörbe. Hier hat der Pilzsammler seinen Pilzkorb vergessen. Und natürlich sammeln wir nicht nur Pilze. Wir sind natürlich Autor-Fans. Und hier natürlich immer wieder in schönen Wäldern der Umgebung. Um Lörrach, Badenweiler oder auch in Rheinfelden unterwegs. Hier auf der Suche nach Pfifferlingen. Und da war es der amethystschuppige Pfifferling. Und natürlich andere. Meine Frau im Pilzglück. Mit einer grause Glucke. Und immer wieder bunte, tolle Pilzpfannen. Und tolle Rezepte. Königsröhrlinge. Das war ein stolzer Fund. Ein richtig toller Pilz. Der König der Röhrlinge. Auch bei uns hier im Wald. Ein richtig superschöner Fund. Ja, im Schwarzwald sind wir regelmäßig unterwegs. Und natürlich hier immer wieder Funde. Die Stockschwämmchen sind da. Herrlich. Sommerseitlinge. Unterlungenseitlinge genannt. Immer wieder. Hier wieder unsere Pilzfarm. Unseren Baum, den wir so liebevoll nennen. Herrlich. Immer wieder toll. Hier die Pilze zu sehen. Ja. Was für ein Pilzkorb, oder? Kann man nichts weiter dazu sagen. Schöne Gluckenfunde. Herrliche Steinpilze. Was für bunte Körbe. Oder einfach nur schöne Pilzbilder. Hier die Sommerseitlinge. Hier die Sommerseitlinge. Nicht die Sommerseitlinge. Die Steinpilze wieder. Ein Steinpilzjahr sondersgleichen. Hier kann man sie sehen. Sommersteinpilze im Wald. Schaut vielleicht unsere Videos an. Da gibt es viele, viele sagenhafte, märchenhafte Sommersteinpilzfunde in diesem Jahr. Einfach nur schön. Ein herrlicher Korb. Was will man mehr? Und auch Riesen gibt es im Wald. Schaut euch das an. Wirklich gigantische Sommersteinpilze. Wir haben im Sommer so viele schöne Pilze finden dürfen. Schaut sie im Winter an, wenn es vielleicht kalt ist. Oder wenn es dunkel ist. Und genießt mit uns nochmal diese schönen Pilztouren von diesem Jahr. Schaut euch das an. Was will man mehr? Jetzt seht ihr auch, warum wir das so gerne machen. Es macht einfach Spaß. Wunderschöne, flockenstielige Hexenröhrlinge. So viele und so schöne habe ich noch nie gesehen. Die Kinder finden die Sommersteinpilze. Schaut euch das an. Ein wunderschönes Exemplar. Und natürlich, wir sind begeisterte Pilzköche. Tolle Mahlzeiten auch bei uns in den Playlists. Ihr könnt immer wieder nachschauen. Einfach nur lecker. Und einfach mal jetzt zum Genießen. Viele bunte Pilzkörbe aus diesem Jahr. Die Steinpilze hier im Schwarzwald. Oder auch einfach nur mal die Natur zum Genießen. Herrliche Funde. Und der Trüffel des sozusagen Maisfeldes, der schmeckt lecker. Meine Frau im Glück hat wieder Pilze gefunden. Schaut euch das an. Und auch ich einen riesigen Steinpilz. Fast zweieinhalb Kilo schwer. Steinpilze sind nicht alles. Wir lieben Fliegenpilze. Und Parasolpilze. Und Parasolpilze. Was für Riesen dieses Jahr. Ein Parasolparadies. Schaut euch das einfach an. Riesige Pilze. Wie Regenschirme. Tolles Video im Kanal. Und hier wieder. Einfach nur schön. Einfach nur tolle, bunte Pilzkörbe. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn es nun geregnet hat, dann wird es auch wieder. Ich glaube, wir haben uns alle noch nie so über Regen gefreut. Wie nach diesem Sommer. Und dann wurden wir belohnt mit bunten, herrlichen Pilzfunden. Auf der Suche nach neuen Steinpilzwäldern. Und gefunden. Da sind sie. Herrliche Sommer- und Fichtensteinpilze. So viele wie noch nie. Bunte Körbe. Ein Täublingsparadies. Die Lerchenröhrlinge sind dies Jahr regelrecht explodiert. Die flockenstieligen Hexenröhrlinge auch. Wahnsinnsfunde. Und immer wieder ganz tolle Steinpilzfunde mitten dabei. Also was will man mehr? Hier schaut euch das an. Sommersteinpilze bis in den Oktober. Wahnsinnige Mengen. So was haben wir auch noch nie gesehen. Die Fichtensteinpilze hier. Herrlich. Einfach nur ein Traum. Und Sommersteinpilze immer wieder. Bis weit in den Oktober. Judasohren. Auch das ganze Jahr da hatten wir auch selten. Und hier meine Lieblinge. Die Knoblauchschwindlinge. Tolle Würzpilze. Und viele Informationen dazu bei uns im Pilzkanal. Ja, weitere tolle herrliche Fichtensteinpilze hier. Und auch da. Genießt die Touren, wenn der Winter lang wird. Einer der vielleicht schönsten Pilzkörbe, wie ich finde. Einfach nur toll mit Reizkern und Täublingen. Und meine Lieblinge. Herbsttrompeten. Tolle, fantastische Würz- und Speisepilze. Ein Eselsohr. Ein richtig toller Fund. Und wie immer Sommersteinpilze. Einfach nur zum Genießen. Kommt mit uns mit. Und weitere Eselsohren. Toller Speisepilz. Und eine Pilzpasta. Mal was Neues. Ja, und hier natürlich Steinpilze. Ein herrlicher Korb. Wiederum alles richtig schön in bunt. Die Krausekraterelle hier. Und dann wieder herrliche Herbsttrompeten. Was will man mehr? Der wohl größte Fliegenpilz, den ich je gesehen habe. Unglaublich. Riesig. Und die wohl schönsten Steinpilze aus diesem Jahr. Guckt euch das an. Einfach nur traumhaft schön. Die Semmelstoppelpilze jetzt im Herbst. Ganz, ganz häufig und viel. Herbsttrompeten. Und wieder wohl einer der schönsten Steinpilze diesen Jahres. Herrlich. Weitere Funde. Reizker. Steinpilze. Täublinge. Und leckere Pilzsuppen. Ganz tolle Sache. Im Kanal sind die Rezepte. Mal was anderes. Pilzpizza. Kommt super an bei den Kindern. Mit Steinpilzen. Ja, Wahnsinnsfunde an Rotkappen im Oktober diesen Jahres. Unglaubliche Steinpilzmengen. Sommersteinpilze. Hier, schaut euch das an. Habe ich hier auch noch selten gesehen. Wunderschön. Und vielleicht einer der schönsten Pilzwälder. Unser Hauswald, in dem wir gern unterwegs sind. Hier nochmal ein Blick. Da wunderbare Stockschwämmchen. Wunderschöne Semmelstoppelpilze. Und ein Korb in Gold und Schwarz. Und hier immer wieder Semmelstoppelpilze. Unsere Mitlieblingspilze. Gerne auch ein Pilzgulasch. Wunderbare Sache. Eine Gulaschsuppe. Und die Semmelstoppelpilze. Unsere Lieblinge. Ihr werdet sie immer wieder sehen. Wir lieben sie einfach. Hier mal als tolles Gericht. Auf Nudeln. Oder wieder hier. Auch mal auf Kartoffeln. Gebraten. Oder als Rahmenpilze. Ein Traum. Was für ein Korb. Sommersteinpilze. Fast im Winter. Und auch mal ein Pilzkürbis. Mal was Neues. Tolles Rezept. Und weitere Sommersteinpilze. In rauen Mengen. In dies Jahr. In unseren Wäldern. Und hier ein kleiner Ausflug. In die Thüringer Wälder. Ein wunderschöner Birkenwald. Mit Maronen. Und natürlich wieder herrlichen Birkenpilzen. Und hier nochmal das Ganze. Am Bismarck-Turm. Eine wunderschöne Pilztour. Ja. Dann hier natürlich viele Trockenvideos im Kanal. Wir können auch nicht alle essen. Wenn es euch interessiert. Einfach reinschauen. Oder mal die Pilzkürbe genießen. Was für ein Traum. Ein Korb voller Maronen. Und natürlich Birkenpilze. Immer wieder schön. Man kann Pilze toll zubereiten. Wir haben ganz viele Sachen in der Playlist. Und wir lieben natürlich, wie alle, die Lagerfeuer an diesen Pilztouren. Die Habichtspilze. Die Trompetenpfifferlinge. Ein wohl wunderschöner Pilzkorb. St. Martin. Und wer hätte es gedacht. Nach St. Martin. Was ein wunderschönes Fest ist für die Kinder. Pilze. Weitere. Hier. Trompetenpfifferlinge. Und natürlich Semmelstoppelpilze. Und das um die Jahreszeit. Selbst Frauentäublinge wieder da. Und jetzt sind wir angekommen. Bei den letzten Pilztouren. Und den letzten Reizkerfunden. Schaut euch das an. Noch ist Pilze im Wald. Und noch gibt es sie zu finden. Ich bin gespannt, wann die Winterpilze kommen. Kommt mit. Abonniert den Kanal. und begleitet uns durch den Winter und im nächsten Jahr. Wir freuen uns auf euch. Und möchten uns auch an dieser Stelle bei euch für eure Treue bedanken.